Die Bauma 2022 öffnete ihre Tore und auch wir sagten zu unseren Gästen und Freunden aus aller Welt ein herzliches Willkommen in der Bauer City Unser klimaneutral zertifizierter Messestand lud ein, an jeder Ecke etwas Spannendes zu entdecken oder einfach nur durch die Gassen zu schlendern und die Atmosphäre zu genießen Ein besonderes Highlight war etwa die EBG33H All Electric Bei diesem nachhaltigen Bohrgerät sind alle wesentlichen Hauptverbraucher elektrisch Außerdem ist ein Hochleistungsakku verbaut, der eine mittlere Laufzeit von 8 Stunden bei Kelly Betrieb vorweisen kann Neben der vollelektrischen BG überzeugten wir außerdem mit einer Hybridlösung bei RTG Im Bereich der Schlitzwandtechnik stellten wir einen beeindruckenden MC96 mit einem Fräsenanbau aus Und wir waren auch mit einer Weltneuheit vor Ort, die wir im letzten Jahr im Rahmen unserer Hausausstellung in den Markt eingeführt hatten Unserem Bauer Cube System Mit diesem System kann man Schlitzwände aus beengten Bauräumen heraus erstellen Untertage oder Übertage Es ist als modulares Containersystem aufgebaut und kann Schlitzwände mit bis zu 40 Meter Tiefe herstellen Die neueste Technik wurde nicht nur in Geräten und Bohrwerkzeugen gezeigt Sondern auch digital erlebbar gemacht Etwa mit unserer brandneuen Beatronic 5 Die in unserem All Electric Bohrgerät erstmals zu sehen war In den Themencontainern konnte man sich zudem ausführlich bei unseren Spezialisten informieren Und in entspannter Atmosphäre die Neuheiten auf sich wirken lassen Ein buntes Rahmenprogramm in für Bauer gewohnter bayerischer Gastfreundlichkeit rundete das Erlebnis Bauer City ab Wir freuen uns schon, Sie bei unserer nächsten Hausausstellung im Frühjahr 2023 zu begrüßen Untertitelung im Frühjahr 2020 80 bis 30 A pressure Some of them Everyone Channel Another A Regardless 抗 Ven